Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Denkt dran, wo die fahren, wo die von Akbar sind. Gebt eure Becher, eure Flaschen und was auch immer ab. Das nächste Stück fängt unser Schlagzeuger Sebastian Klemann an, über den wir sehr froh sind, dass Sie ihn seit diesem Jahr dabei haben, als Mitglied auf der Bühne. Sebastian Klemann. Das nächste Stück fängt Sebastian Klemann an mit einem Anfang, den ihr geklaut habt von einer Hamburger Band namens Die Heiterkeit. Bitte sehr. Vergessen begriffen, kein Satz gelangt und die Sicht ist verschissen. Was steht, bleibt, versteht sich, wer wegläuft, will wechseln. Was nützen die Gesen, wenn mir die Gründe nicht einfallen? Habt nie dran geschweifelt, doch bin mir nicht sicher. Eine Bienen in den Beinen, nur das Welle hat die Stadt, dann am Abend die Schatten. Was tut, wenn es brennt? Hier ist es schrecklich, das ist nur mein Talent für den schlechten Moment. Nur mein Talent für den schlechten Moment. Das ist nur mein Talent für den schlechten Moment. Das ist nur mein Talent für den schlechten Moment. Nimmst du Anlauf oder andere? Nimmst du Anlauf oder andere? Was nichts Besseres gibt? Zwei linke Augen, wenn sich Buchstaben mühen, weil die Richtung noch einschlägt und Kilometer verglühen. Was drückt das Bild und ich? Wer bleibt bevor immer? Und die Fahnen unter allen Stellen, die machen es so schmerz. Was kommt, wenn nichts kommt, ob was feucht oder Angst, weil dir wieder nicht einfällt, wo du dich scheiß lassen kannst. Obst du am Abend die Schatten, wenn sie fragen, wo's brennt? Hier seid ihr ganz schön, das ist nur mein Talent für den Schlechsten. Nur mein Talent. Für den Schlechsten kommen 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 Das ist nur mein Talent Für den Schlechsten kommen Vielen Dank.